Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Zivilprozessrecht. Heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Zustellung. Die Zustellung ist an vielen Stellen in der ZPO relevant. Insbesondere setzt eine ordnungsgemäße Klagerhebung die Zustellung der Klageschrift voraus. Darüber hinaus werden auch Ladungen, Urteile, Vollstreckungstitel und viele weitere Dokumente zugestellt. Ob eine Zustellung erfolgen muss, ist an den jeweiligen Stellen im Gesetz geregelt. Aus dem Zustellungsrecht ergibt sich dann, wie zuzustellen ist. Darum geht es in unserem folgenden Video. Zuerst lesen wir § 166 ZPO. Wichtig ist, dass die Zustellung nach § 166 Absatz 2 ZPO grundsätzlich von Amts wegen erfolgt. Nur in Ausnahmefällen ist eine Zustellung gemäß § 191 fortfolgende im Parteibetrieb vorgeschrieben. Nach § 922 Absatz 2 ZPO muss eine Partei zum Beispiel einen Arrestbeschluss selbst zustellen lassen. Auch im Parteibetrieb erfolgt die Zustellung zwar durch Hoheitsträger. Im Unterschied zur Zustellung von Amts wegen muss sich die Partei aber selbst darum kümmern, dass diese tätig werden. Was bedeutet Zustellung eigentlich genau? Definiert ist sie in § 166 ZPO als Bekanntgabe eines Dokuments an eine Person in der in den folgenden Vorschriften bestimmten Form. Was unterscheidet die Zustellung demnach vom zivilrechtlichen Zugang? Zugang ist ein materiellrechtlicher Begriff aus dem BGB AT, mit dem Risikosphären für die Ermittlung von Erklärungen voneinander abgegrenzt werden. Die Zustellung ist dagegen ein Hoheitsakt, der lediglich an förmliche Voraussetzungen geknüpft ist. Es ist ein grober Fehler, Ausführungen zum materiellrechtlichen Zugang zu machen, wenn es um eine Zustellung nach der ZPO geht. Schauen wir uns die Vorschriften über die Zustellung zunächst einmal im Groben an. § 170 bis 172 ZPO regeln, wer Adressat der Zustellung ist. Grundsätzlich ist das die Partei selbst oder ein gesetzlicher Vertreter, ein Bevollmächtigter oder ein Prozessbevollmächtigter. Die folgenden Vorschriften regeln, wie zugestellt wird. In der Praxis wird am häufigsten nach § 168 Absatz 1 Satz 1 176 ZPO über die Post zugestellt. Der formalisierte Prozess der Zustellung stellt sicher, dass den Zustellungsempfängern rechtliches Gehör aus Artikel 103 Absatz 1 GG und Artikel 6 Absatz 1 EMRK gewährt wird. Nur als Ultima Ratio ist deshalb eine sogenannte öffentliche Zustellung nach § 185 ZPO zulässig, wenn alle anderen Zustellungsarten scheitern oder keinen Erfolg versprechen. Wegen der verfassungsrechtlichen Relevanz muss hier restriktiv geprüft werden. Allen Arten der Zustellung ist gemein, dass ein Nachweis über sie erbracht wird, um im Prozess den Beweis der Zustellung zu erleichtern. Der Regelfall dafür ist die Zustellungsurkunde nach § 182 ZPO. In einer Klausur kann die Zustellung entweder über ihre prozessualen Rechtsfolgen, insbesondere die Rechtshängigkeit nach § 261 ZPO oder die materiell-rechtlichen Rechtsfolgen relevant werden. In unserem Beispielsfall, den wir jetzt bilden, hat die A gegen B einen Anspruch, der am 01.01.2021 verjährt. Als der Dezember 2020 anbricht, möchte A deshalb noch vor dem Jahreswechsel Klage gegen B erheben. Was genau hat sie damit im Sinn? A geht es damit um eine Hemmung der Verjährung nach § 204 Absatz 1 Nummer 1 BGB. Voraussetzung dafür ist eine Klageerhebung. Schreiben Sie sich hier also § 253 Absatz 1 ZPO ins Gesetz, soweit das zulässig ist. Die Klageerhebung setzt nach dem Wortlaut der Vorschrift voraus, dass die Klageschrift an den Beklagten zugestellt wird. Für die Hemmung nicht erforderlich ist, dass die Klage zulässig ist. Sie muss aber für den Schuldner klar erkennen lassen, dass der Gläubiger seinen Anspruch durchsetzen möchte. Deshalb müssen die Voraussetzungen des § 253 Absatz 2 ZPO erfüllt sein. Außerdem muss die Klageschrift nach § 130 Nummer 6 ZPO unterschrieben oder nach § 130a Absatz 3 ZPO mit einer elektronischen Signatur versehen sein. Details zu den Förmlichkeiten der Klageerhebung und deren Auswirkungen auf die Zulässigkeit finden Sie im entsprechenden Video. Wir wollen uns anhand des Ausgangsfalls nun ein paar Probleme bei der Zustellung anschauen. Konstellation 1. Als die Postbotin P die Klageschrift am 20.12.2020 dem B übergeben möchte, schlägt B ihr die Haustür vor der Nase zu. P wirft den Schriftsatz daraufhin in den Briefkasten des B. Wurde wirksam zugestellt? Nehmen Sie sich etwas Zeit und lösen den Fall ausgehend von § 176 ZPO. Nach § 168 Absatz 1 Satz 2 § 176 ZPO kann die Geschäftsstelle die Post mit der Ausführung der Zustellung beauftragen. Nach § 177 ZPO erfolgt die Zustellung im Grundsatz durch persönliche Übergabe an jedem Ort, an dem der Zustellungsempfänger angetroffen wird. Hier hat B die Annahme der Klageschrift aber konkludent nach § 179 ZPO verweigert. Die Verweigerung darf nicht berechtigt erfolgt sein. Zulässig ist eine Verweigerung insbesondere dann, wenn es z. B. aufgrund von Schreibfehlern zweifelhaft ist, ob der Zustellungsempfänger mit dem Adressaten des Schriftstücks übereinstimmt. Außerdem darf verweigert werden, wenn die Zustellung zur unpassenden Zeit oder bei unpassender Gelegenheit erfolgt. Ein solcher Verweigerungsgrund liegt hier ersichtlich nicht vor. Nach § 179 ZPO hätte P das Schriftstück also in der Wohnung des B zurücklassen müssen. Das konnte sie wegen der zugeschlagenen Tür aber nicht. Der Einwurf in den Briefkasten ist dann nach herrschender Ansicht zulässig, auch wenn er nicht im Wortlaut vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hielt das nach der Gesetzesbegründung für selbstverständlich. § 180 ZPO mit einer Regelung zur Ersatzzustellung durch Einlegung in den Briefkasten regelt eine andere Konstellation und wird hier nicht gebraucht. Konstellation 2. P trifft nur den Freund F des B an, mit dem dieser seit zwei Jahren in einer festen Beziehung ist, mit dem er aber nicht zusammen wohnt. P übergibt F den Schriftsatz, wurde wirksam zugestellt. Hier kommt eine Zustellung nach § 178 Nr. 1 ZPO in Betracht. Ein ständiger Mitbewohner ist F allerdings nicht. Er kann aber ein erwachsener Familienangehöriger des B sein. Man kann den Begriff unter Rückgriff auf das Familienrecht auslegen. Da F und B weder verlobt noch verheiratet sind, besteht kein familienrechtliches Rechtsverhältnis zwischen den beiden. § 178 Nr. 1 ZPO soll aber nicht das Institut der Familie, sondern die zuverlässige Weiterleitung des Schriftstücks an den Adressaten sicherstellen. Von einer solchen ist auch bei einem Lebensgefährten wie dem F auszugehen. Gegen eine familienrechtliche Auslegung spricht zudem, dass der Begriff des Familienangehörigen nicht legal definiert ist. Die Zustellung an B erfolgte somit wirksam durch die Aushändigung des Schriftstücks an F. Jetzt noch eine dritte und letzte und vor allem sehr prüfungsrelevante Konstellation. Der Schriftsatz der A geht am 15.12. bei Gericht ein. Aufgrund von Verzögerungen im gerichtlichen Geschäftsablauf wird dem B der Schriftsatz aber erst am 2.01.2021 von P übergeben. Zur Erinnerung, der Anspruch der A verjährt mit Ablauf des Jahres 2020. Ist trotzdem Hemmung eingetreten? Hier kommt es auf eine Klassikervorschrift an, welche die meisten von Ihnen schon kennen werden. § 167 ZPO besagt, dass die Zustellung zum Zweck der Verjährungshemmung auf den Zeitpunkt der Anhängigkeit zurückwirkt, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Anhängigkeit trat hier bereits mit Eingang des Schriftsatzes bei Gericht ein. Das war am 15.12.2020 und somit noch innerhalb der Verjährungsfrist. Erforderlich für die Rückwirkung ist aber, dass die Zustellung am 2.01.2021 ausgehend vom 15.12.2020 demnächst erfolgt ist. Für die Auslegung demnächst gibt es nach der Rechtsprechung des BGH keine feste zeitliche Grenze. Stattdessen müssen wir teleologisch mit Rücksicht auf den Schutzzweck des § 167 ZPO auslegen. Die Norm soll Kläger vor unverschuldeten Verzögerungen bei der Zustellung schützen. Da die Zustellung vom Gericht veranlasst wird, ist es dem Kläger regelmäßig nicht möglich, sie zu beschleunigen. Hat der Kläger sich nichts zu Schulden kommen lassen, kann auch eine um mehrere Monate verspätete Zustellung noch demnächst erfolgen. Beruht die Verspätung aber auf einem Verhalten des Zustellungsveranlassers, also des Klägers, sind nur geringfügige Verspätungen noch als demnächst anzusehen. Darunter fallen nach der Rechtsprechung Verzögerungen von bis zu 14 Tagen. Vorliegend sind es zwar ein paar Tage mehr, die A hat die Verzögerung aber nicht verursacht, sodass die Zustellung noch demnächst erfolgt ist. Folglich ist die Verjährung gehemmt. Wie Sie sehen, haben wir heute eng am Gesetz gearbeitet. Auch wenn Sie es in der Klausur mit einer unbekannten Zustellungsform zu tun bekommen, werden Sie in den allermeisten Fällen in der Lage sein, das Problem durch sauberes Arbeiten mit dem Gesetz zu lösen. Und damit sind wir durch mit unserem Video zur Zustellung. Merken sollten Sie sich auch, dass auch Lebenspartner Familienangehörige im Sinne des § 178 Nr. 1 ZBO sind, da bei Ihnen von einer Weiterleitung des Schriftstücks an den Adressaten auszugehen ist. Ebenso sollten Sie wissen, dass man demnächst in § 167 ZBO teleologisch nach dem Schutzzweck der Vorschrift auslegt. Wenn der Kläger die Verzögerung nicht verursacht hat, kann auch eine um mehrere Monate verspätete Zustellung noch demnächst erfolgt sein. Sogar wenn der Kläger selbst verantwortlich ist, ist zudem eine Verspätung von 14 Tagen in der Regel noch als demnächst anzusehen. Das war es jetzt endgültig mit unserem Video zur Zustellung. Vielen Dank fürs Zusehen und auch Zuhören und bis demnächst. Zuhören und bis zum Zuhören und bis zum Zuhören und bis zum Zuhören. Zuhören und bis zum Zuhören und bis zum Zuhören und bis zum Zuhören.